Hallo und herzlich willkommen bei Jeunesse Longevity TV. Untertitelung des ZDF, 2020 Willkommen zu dieser neuen Serie, die der Lumines Produktlinie gewidmet ist. Die Lumines Serie. Warum hat Jeunesse die Marke Lumines erschaffen? Alles begann vor sechs Jahren in Beverly Hills, Kalifornien. Dies ist in erster Linie die Geschichte einer Freundschaft zwischen zwei Männern. Randy Ray, einer unserer Mitbegründer, und Dr. Nathan Newman, einem plastischen Chirurgen und Dermatologen. Randy, der Visionär, und Nathan, der Erstentdecker. Ein Treffen von Gott gewollt. Es ist bereits sechs Jahre her, und dies ist erst der Anfang. Dr. Newman war bereits berühmt für sein Stammzellenlifting. Ein kosmetisches Verfahren, bei dem aus Bauchfett Stammzellen extrahiert werden und dem gleichen Patienten in seinem Gesicht oder sonst irgendwo im Körper eingeführt werden. Die Ergebnisse sind einfach erstaunlich. Sie sind so bemerkenswert, dass TV-Crews das Geschehen filmten, um zu bezeugen, dass es kein Trick ist. Dies ist ein entscheidender Durchbruch im Vergleich zu der Operation. Keine Skalpelle sind beteiligt. Keine chirurgischen Schnitte. Keine Erweiterungen, kein Reduzieren oder Füllen. Stammzellen regenerieren und reparieren sich, sodass sich das Gesicht natürlich verwandelt und die Kurven zu ihrer alten Form gebracht werden. Die Ergebnisse sind spektakulär und echt. Großartig. Aber was hat es mit Jeunesse zu tun? Da es sich um ein rein medizinisches Vorgehen handelt, konnte Jeunesse nicht eingebunden werden. Hier ergänzen sich die beiden Genies der Männer. Nathan bringt seine Geheimwaffe, lösliche Wachstumsfaktoren und Randy sein revolutionäres Konzept. Lumines. Lumines ist Licht, ein strahlendes Gesicht, dank löslicher Wachstumsfaktoren. Dr. Newmans geniale Idee war, anstatt mit Stammzellen zu arbeiten, lebende Organismen, die nicht einer Creme zugefügt werden können, seine Derivate, Signalmoleküle, zu nutzen. Diese Botenstoffe sind Proteine, die von Stammzellen zur Anregung der Regeneration von Hautzellen hergestellt werden. Randy Ray's geniale Idee war es, basierend auf dem Konzept der Signalmoleküle, eine konsistente und effektive Linie von Produkten zu entwickeln. Heute bietet die Lumines-Linie sechs starke Produkte an und ist dazu bestimmt, weiter zu forschen. Unser Serum ist das Flaggschiff der Lumines-Linie. Diesem ist eine besondere Episode gewidmet. Wenn Sie mehr erfahren möchten, schauen Sie Folge 8. Diese konzentriert sich auf das Serum. Unser Reiniger kommt als nächstes. Die Jugend wiederherstellender Reiniger. Diese drei Wörter erklären alles. Jugend, denn er enthält grünen Tee und eine kleine Menge von Botenstoffen, die berühmten Wachstumszellen. Diese vermitteln die Signatur. Lumines achtet auf Ihr Gesicht. Wiederherstellend dank Aloe Vera und den Vitaminen A, C und E, welche Ihr Gesicht befeuchten. Reinigend dank der Alpha und Beta Hydroxysäuren, die Ihre Haut sanft entgiften. Tote Hautzellen und andere Verunreinigungen werden dadurch entfernt. Unsere Tagescreme, der tägliche, feuchtigkeitsspendende Komplex, der sieben Tage die Woche genutzt werden soll. Feuchtigkeitscreme, denn es ist unerlässlich, Ihre Haut während des Tages zu befeuchten. Möglich wird dies dank Äpfeln, Wassermelonen und Extrakten aus Linsen. Diese drei Extrakte verlangsamen Feuchtigkeitsverlust durch die Epidermis. Wir haben roten Algen-Extrakt hinzugefügt. Dieser stellt eine zusätzliche Barriere gegen den Verlust von Feuchtigkeit auf. Komplex, weil diese Creme ein Vitaminkomplex, speziell zur Nahrung und zum Schutz der Haut, sowie eine besonders stabile Form von Vitamin C enthält, welche zur Reduzierung der Erscheinung von Altersflecken dient. Ein einzigartiger Komplex, in dem lösliche Wachstumsfaktoren zur Unterstützung der Regeneration der Hautzellen enthalten sind. Ein UV-Schutzfaktor von 30 schützt Ihre Haut vor Sonnenschäden. Unsere Nachtcreme, Advanced Night Repair. Die Tagescreme konzentriert sich auf Schutz und die Feuchtigkeit Ihres Gesichts. Dahingegen wurde die Nachtcreme entwickelt, um ihre Haut zu nähren, mit allen nötigen Zusätzen für den Wiederaufbau, selbst während der Nacht. Der intrazellulare Eindringungsprozess erfolgt auf Nanometerebene. Er besteht aus den Phospholipiden, die gleichen Fettsäuren wie jene in der zellulären Membran. Bayacalin verlangsamt die Telomerverkürzung in den Hautzellen und fördert das Wachstum neuer Zellen. S.O.D., S.O.D., Englisch für Super Oxide Dismutase, ist eines der mächtigsten Antioxidantien und hilft, DNA-Schäden zu reparieren. Unsere Lifting-Maske, die ultimative Lifting-Maske, sie ist die beste. Wie können wir es ermöglichen, dass eine Maske mit einer Peeling-Creme vereint wird und die Effekte noch lange, nachdem die Maske entfernt wurde, anhalten? Dank der einzigartigen Zutaten, die, wenn gemischt, diesen Effekt erzielen. Das kann dieses Meisterstück. Jeunesse hat eine dreidimensionale Matrix aus drei Zutaten entworfen. Wurzeln der Wegwarte, Polysaccharide und Tara, einer exotischen Pflanze aus Peru. Diese Matrix bildet die Maske, die physische Unterstützung bringt und zur Aufrechterhaltung der Flüssigkeitszufuhr während ihrer Anwendung beiträgt. Zusätzliche positive Effekte werden durch den Wachstumsfaktorkomplex erreicht. Dieser Vitaminkomplex mit Gurkenextrakt erweicht die Haut. Unsere Körpercreme dient der notwendigen Körperwiederherstellung. Das ist das Beste, was Wissenschaftler in Bezug auf die Feuchtigkeit und den Schutz für den ganzen Körper zu bieten haben. Dies ist eine angereicherte Tagescreme. SOD als Antioxidant, der Apfel-Linse-Wassermelone-Komplex bindet Feuchtigkeit, der Wachstumsfaktorkomplex zur Unterstützung ihrer Zellen, Passionsfrucht, Holunder und Gurkenauszüge zur Bekämpfung der zellulären Schäden sowie Niacinamid, welches Ceramid und die Fettsäureproduktion steigert, sind auch enthalten. Eine sehr reichhaltige Creme, die von grundlegender Bedeutung für ihre Haut ist. Endlich! Lumines, einzigartig, dank des löslichen Wachstumsfaktorkomplexes. Auch einzigartig, dank der synergetischen Wirkung von all unseren Zutaten. Speziell für Jeunesse von einem der größten Pioniere der Stammzelltechnologie. Wir sehen uns in der nächsten Folge der Serie Lumines. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Vielen Dank.